Woher kommen Sie? Und dazu können Sie sich auch gleich mal vorstellen. Ich bin Moritz Götze, Minyazahut Moritz, geboren in Halle. Ich komme aus einer Künstlerfamilie. Meine Eltern haben also vor 50 Jahren an der Burgibichenstein studiert. Mein Vater ist freiberuflicher Maler, insofern war das so ein Künstlerumfeld und ich hatte an sich nie vor, Künstler zu werden. Ich wollte immer was ganz anderes werden und bin nun doch außer dem Künstler geworden. Was ist Kunst für Sie? Oh, das ist im Prinzip ganz viel Kunst. Also das ist jetzt nicht nur Malerei, was ich mache und nicht nur Musik, sondern nicht nur schöne Architektur. Das Größte an Kunst ist schon, dass man irgendwie ein richtiges Leben, dass man sozusagen den Weg zum richtigen Leben findet. Und wenn man dann noch eine künstlerische Art hat, findet man dann auch noch den Weg zur richtigen Kunst. Und was ist modernste Kunst? Modernste Kunst? Ich glaube, das gibt es gar nicht. Das gibt Kunst. Und es gibt nicht die modernste Kunst, wie es auch nicht gibt die Wahrheit. Das, was jetzt die moderne Kunst ist, ist morgen vielleicht dann auch schon wieder die alte Kunst. Und dann gibt es so jemanden wie Michel Angelo, wenn man sich nach 500 Jahren anguckt oder Caspar David Friedrich nach 200 Jahren, empfindet man das immer noch als total modern. War Ihr Lieblingsfach in der Schule schon Kunst und waren Sie darin der Beste? In der Schule war ich in Kunst nicht gut. Und also damit, ich war wahrscheinlich so am hinteren Ende, ich war überhaupt ein ganz schlechter Schüler. Und ich war im Prinzip in allen Fächern absolut schlecht. Außer die einzigsten Fächer, an denen ich gut war und in dem einen auch sehr gut, das war Geschichte und Literatur. Wie verarbeiten Sie Ihre Kunst? Also welche Themen verarbeiten Sie in Ihre Kunst? Ich arbeite ja auch viel mit Museen zusammen, wo ich dann thematische Ausstellungen mache. Und dann gibt es aber auch Bilder, wo, wie jetzt in Corona war, das ist in der Corona-Zeit eine sehr schöne Zeit, wo ich mal gar kein Thema vorgegeben habe, wo ich mich dann ans Blatt Papier oder an die Leinwand setze und dann male ich einfach und ich weiß gar nicht, was oder für was das sein soll. Einfach nur so. Was machen Sie für Kunst? Naja, das ist immer, das ist immer, also jetzt das Schubfach, das ist immer schwer, sich einfach auszudenken. Wenn Ausstellungseröffnungen sind oder in Zeitungsartikel geschrieben werden, wird das, was ich mache, oft als Pop-Art oder Deutscher Pop bezeichnet. Aber das ist eine Begrifflichkeit, mit der ich selber nicht so richtig glücklich bin. Und da denke ich jetzt schon seit 30 Jahren nach, was ich an sich mache. Das weiß ich nicht. Was ist Ihr bekanntestes Kunstwerk? Naja, das kommt ja immer auf die Regionen an, aber jetzt hier so in dieser Region ist sicherlich das bekannteste Kunstwerk, was ich gemacht habe. In Leipzig gibt es im Zentrum der Stadt so ein großes Alts-Messerhaus, Speckshof. Und da gibt es eine Einkaufspassage und da den zentralen Lichthof, der bestimmt so 20 Meter hoch ist, den habe ich mit Keramiken gestaltet. Ist auch mit der Bekanntheit immer so ein Kommen und Gehen. Welches Bild hat Ihnen am meisten Spaß gemacht zu malen? Das kann man nicht sagen. Ich meine, es gibt immer manchmal Phasen, wo es auch Spaß macht, ein Bild zu malen. Aber oft macht es ja auch gar keinen richtigen Spaß, weil man ja immer so im Zweifel ist. Man will ja ein tolles Bild malen und dann ist man sich unsicher. Ist das gut? Ist das schon fertig? Oder muss man noch weiterarbeiten? Und das ist ja immer so ein Prozess. Also wenn ich mal hier die Kamera drehe, ist da jetzt hinter mir, hier so, ist ein Bild. Das steht schon zwei Jahre bei mir. Und da dran arbeite ich und weiß immer noch nicht richtig, wo es hingehen soll. Und dann gibt es manchmal so eine Bilder, wo man so lange dran arbeitet und die einen quälen. Und wo man dann aber zum Schluss auch mit zufrieden ist. Und manchmal arbeitet man so lange an so einem Bild und findet das zum Schluss total bekloppt. Und dann stellt man das dann irgendwann, weil man keine Lust mehr hat, dran weiterzuarbeiten, zu den fertigen Bildern. Und dann steht das dann halt da. Und dann hofft man, dass vielleicht irgendein Wunder passiert, dass man sich das in 20 Jahren nochmal anguckt und sagt, oh, vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht. Vielleicht das Bild gefällt Ihnen persönlich am besten? Es gibt ganz viele Bilder, die mich total emotional aufregen und die ich toll finde. Also von ganz vielen unterschiedlichen Malern. Aber zumindest ist für mich bildende Kunst oder gemalte Bilder sind für mich schon was ganz Wichtiges. Wo haben Sie schon überall ausgestellt? Ja, also da kann ich sozusagen voll auf die Kacke hauen. Ich habe an sich schon überall ausgestellt. Also außer Nordpol und Südpol. Und Afrika nur mit Tricksen. Wie kommen Sie mit der Corona-Zeit klar? Naja, ich, da die Frage an mich ist, war die Corona-Zeit eine sehr gute Zeit. Normalerweise bin ich immer unterwegs. Und dann bin ich mal zwei, drei Tage, wenn ich Glück habe, mal eine Woche in Halle und dann im Atelier. Manchmal wünsche ich mir auch, dass ich kriminell werde und sozusagen verurteilt werde zu zwei Jahren Hausarrest mit Fußfessel, sodass ich zwei Jahre in meinem Atelier sein kann und nicht raus darf. Und das war jetzt so ein bisschen ähnlich. Und das war sehr schön, weil ich einfach jetzt Sachen machen konnte, die ich wollte. Und es war sehr produktiv und sehr entspannt. Und man konnte auch mal dann rausgehen, durch den Garten gehen. Da habe ich sonst überhaupt noch gar keine Zeit dafür. Und insofern war für mich die Corona-Zeit eine sehr gute Zeit. Und fallen Ihnen jetzt mehr oder weniger Ideen ein? Bei mir ist das Problem, dass ich immer viel zu viele Ideen habe und ich gar nicht nachkomme, die abzuarbeiten. Und das ist sehr bedauerlich. Haben Sie auch schon mal in der Moritzburg ausgestellt? Ja, habe ich auch schon. Meine allererste Ausstellung in Moritzburg, das war auch meine größenwahnsinnigste Ausstellung. Da war ich noch relativ jung. Da war ich, glaube ich, 30 Jahre alt. Und dann bin ich vor fünf Jahren 50 geworden und da hatte ich eine ganz große Ausstellung in Halle. Das war meine letzte Ausstellung. Aber wenn man in die Moritzburg geht und man geht aus der Kasse in dem Treppenhaus hoch, da hängt eine große Arbeit, also ein Ausschnitt aus einer großen Arbeit mit einem Selbstporträt von mir, was ich aus dem Mal hier gemacht habe. Und das war es dann auch von meiner Weite wieder. Jo, dann tschüss. Tschüss. So, food. So, fitness. Untertitelung des ZDF, 2020